hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge last man standing mit dem guten kona hello kona hallo danke für die muni clowns ja hallo freunde und uns beim fail zuschaut genau geht auch nicht weiter ein ein häuschen zu haben ist irgendwie kacke klaut mir alles smg extended magazine nämlich doch gerne doch ich habe jetzt ja ein paar schuss 127 um genau zu sein ich hätte doch gern paar aufsätze wird noch da kommt noch kompensator können wir uns auch so ich bin ready wo sind denn wir überhaupt gelandet ich will sagen wir laufen weiter in osten das ein häuschen das bond normalerweise jemand den wollen wir doch holen ja bevor er uns holt ja genau so ist das schon ja kona du hast ja fast du bist ja ja ich bin ja und bevor mich einer erfasst weißt du und scope hätte ich auch noch gern das haus hier unten meinst du ja es dann rennen wir jetzt zu freizügig hier lang ich bin ein bisschen nach oben dann will ich es nicken und ich habe auch fast keine machen wir das hast munition ja das er schreibt mir ins ohr hast du munition Oh, Göttlich. Uiuiui. Da ist einer. Da rinnt einer her. Ich mach das, ich mach das. Kronen, schau jetzt zu. Schau jetzt zu. Ich hab voll versagt. Scheiß mich in die Wand an. Wo ist der? Auf der Terrasse. Draußen. Hörst du nicht gehen? Ich kann ihn aber nicht einbauen. Ich hab ihn gekillt. Hast du ihn gekillt? Ist er tot? Ist er tot? Du schweigst wie ein Mädchen, Alter. Scheiß. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Junge, Junge. Ich hab mich noch nie so in die Hose geschissen. Nee, Alter. Alter, Micke. Du gehst immer heilen. Ja, womit denn? Achso, ich hab Pillen. Mensch, tut mir leid, wir haben ganz so geflasht. Ich steh hier. Guck mal, so steh ich jetzt, ne? Und rennt's gleich aus. Nee, er steht hier. Wenn ich so stehe und die Kamera von oben hab, seh ich ihn nicht. Ich hab also nur meinen Körper gesehen, ne? Auf einmal schießt er vor mir irgendwo los. Und ich bin so erschrocken und renn von links nach rechts. Und seh ihn vor mir und drück einfach nur... Und voll'n Headshot. Genau, und immer in die Fresse geschossen, Alter. Der hat noch ne MX-Z5, die kannst du nehmen. Ach, ich bin fertig, du. Ach, Krona, der hat ne gute Waffe. Komm. Warte, warte, warte. MX-Z5, Alexi. Und da haben wir gleich ein Extended Magazine. Also ne Erweiterung für dein Magazin. Oh Gott, ich bin fix und fertig. Ich hab noch ein Visier. Na gut, dann würd ich sagen, wir laufen jetzt Richtung Osten weiter, ne? Das ist das nächste Haus. Warte mal, das Haus haben wir ganz angeschaut noch. Was ist denn du an Munition? Ich? 100... 100... Nee, 225. 225, warte, ich geb noch 100 Schuss. Juhu, Juhu kann man machen. Ey, das weiß ich, ich bin ein Idiot. Ich will dir alles geben. Gib mir 300 Schuss. Hä, hä, hä. Hä, hä. Ja. Das ist übrigens ne Granate in der Hand. Ach so. Das wär beim Schießen ein bisschen unvorteilhaft. Da gibt er mir nur 250, der Geizige. Ich will's... Du Sack, du, Alter. Du willst noch mehr haben? Ja, passt schon. Kannst du gern haben, ich hab ihn nicht so. Nein, ich will ihn nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Pfff. Ich geh allein spielen, tschüss. Ja. Okay, geh da rüber. Geh da rüber. Ah, ich bin ja fix und fertig, du. Was für Luck du hast. Da ballert er ihn einfach in den Schäl rein und weg ist er. Ja, äh, das zeichnet mich glaube ich so ein bisschen aus, ne? Ja, das sind wir ja gewohnt von dir. Ey Junge, hab mehr Glück als Verstand. Aufnahme läuft, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Ey Conan, du bist ja voll der krasse Babu. Du hast mir eiskalt ins Gesicht geschossen. Ich glaube, ich werd diese Audiospur, wo ich schreie wie Mädchen rausnehmen, da noch schnell ne andere einfügen. Von wegen so, ja hab ich gewusst, man. Ja, 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 ja. Keck, du Lauch, Alter, was du? Ja, was willst du von mir überhaupt? Genau so, so wissen wir. Und damit denkst du. So ne Bison. Ich nehm mal ne frische Weste. Hab ich überhaupt einen damit? Badger, mach den hier! So war's, ja. Boah, mal ne Händler. Achso, so ne müssen wir. Ja, ja, dann müsst ihr jetzt an der Grenze... Ja, da links das ist ein Haus, das ist genau an der Grenze, da kann man kurz warten. Da unten? Ja, weißt du, wenn wir uns das Dings geholfen haben? Da, 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 da war das, hier. Ah, mit den lieben Knollunden, ja? Jawoll, Knollungen, der hat uns rausgeholt. Ah, danke. Du rennt jetzt. Du kriegst nicken. Das heißt, drauf. Was? Jetzt nicken. Stürmen! Alter, wenn der Tatsache drin gewesen wäre, der hat mir weggold. Ein Scope, ein Scope. Was für Scopes hast du? Ein MPS-Scope habe ich. Und? A-Cock. Okay, was nimmst du? Äh, A-Cock. Das, was du nicht nimmst, gib mir. Ja, das MPS. Da nehm ich dich. So bin ich für dich, mein Freund. Ja, guter Mann, guter Mann. Kona, ich bin stolz auf dich. Na, danke. Du, das hör ich so selten, ne? Das muss mal sein hier. Wollen wir rüberlaufen? Ich seh keinen. Ja, ich weiß mal, bis die Dings da ist, Barriere. Mit keiner im Rücken ist. Wieder ein bisschen looten hier. Oh, Pillen hier. Pills hier. Ein paar Zäune einsammeln, wa? Good idea. Oh, jetzt hab ich meine Wässer getauscht, meine Gute. So, meine liebe Zone, bleib mal da, wo du bist. Danke dafür. Ja, haben wir Glück. So, wollen wir rüber? Wollen wir jetzt so ein bisschen? Ja. Aber aufpassen, links, da könnte jemand kommen, von der Stadt her. Den Lorry ist auch von links rüber. Kona. Was soll ich sagen? Du bist ein Stratege. Oh mein Gott, ich kann mir so ein Kompliment gar nicht umgeben, mein Herr. Ja. Alpha, Delta, Bravo, Snake, Snake an, 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 an Biber. Ja. Ja, Snake an Biber, ja. Ist hier einer? Hallo? Angst hat, da oben einer ist auf Gebirge. Uiuiuiui, da können wir wieder laufen. Aber wir nehmen da noch was mit. Komm rein hier. Hier ist viel Loot. Die... Die... Die Cryptkeeper. Die Cryptkeeper. Was? Ich bin der glücklichste Mensch im Leben, diese verbesserte MX-Z5. Das ist die geilste Waffe im Spiel, finde ich. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, bevor ich einen Kill damit gemacht habe, dann lösche ich das Spiel. Na bitte nicht. Da müssen wir nicht hin. Ach Gott, wir müssen weiter. Gucken wir auf die Zeit. I do it. I do it. My only friend. Only youuuu. Weiter Corona, sing. Ich weiß gar nicht, was er auf dem Soundtext ist. Ja, hab ich den nicht gut getroffen? Nee, echt beschissen um ehrlich zu sein. Na was? Richtig kacke, du. Ist das mein Bursche hier hoch? Nee. Ah ja, please ey. Unglaublich. Mhm. Ja, hier kommt ja meine sehr passende Wortwahl. Ich weiß. Mhm. 35 Players remaining. Gucken wir da rauf. Ich will mit der ACX noch mindestens Fernkill machen. Ja? Vom Weiten. Ein Fernkill vom Weiten, nicht vom Nahen? Was für Quatsch. Ich hab gerade gesagt. Pass auf, pass auf. Ich will ein Fernkill. Von Nahen. Ja. Der aber weit hier raus schlägt, ne? Okay. Du rennst ja schon wieder einfach so hin. Ja, was soll ich machen? Hier, Alter. Alter. Ich fühl mich grad wie so ne Bergzieger. Ich würde gern berg rauf gehen auch. Ja, na los. Come on everybody, let's go. Komm schon, folgt ihr Cookie. Ich glaub wir können ihn schaffen. Oh, schau. Ich hab Angst, dass einer schießt jetzt auf uns. Was? Kann durchaus passieren. Sneaken? Lieber? Falls da oben einer hockt. Oder? Sneaken! Was? Ich hab's beim ersten Mal verstanden. Ich war nur nicht sicher, wo du sneakst. Okay, ich seh keinen da oben jetzt. Alles klar. Irgendwo ist hier bestimmt einer. Kann ich jetzt wieder? Ja, 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 ja. Kannst du durch. Ich geh auch wieder. Okay. Alles klar. Sehr schön. Das ist immer so ein gefährlicher Ort hier oben. Jetzt passt auf, wenn unter uns einer steht. Da schießt einer, da schießt einer. Wo denn? Boah, neben uns. Neben uns. Hab ich erwischt. Da. Da ist er. Hast du einen erwischt? Wir haben beide erwischt. Geil. Ey, Christi, wir haben beide noch so gut in diesem Spiel gelaufen. Wir sind die Besten. Und jetzt schierma. Oh nö, wir müssen genau zum Sumpf hin laufen. Weiß eh. Wir sind doch gar nicht mit. Alter, wenn der es nicht geschossen hätte neben mir, ich hätte das nicht mitbekommen. Dass einer ist. Oh Gott, wir müssen genau zum Haus laufen, wo einer ist. Ah, die kommt ja schon in die Zone, wa? Ja, sicher kommt sie. Ich werde sterben. Wieso? Bist du stehen bleiben? Ich muss was machen. Ach nee, schaffe ich noch. Ich muss den anderen noch looten. Ach so, gelootet hast du denn noch? Ja, ich muss nicht in die Zone kommen. Ich habe gar nicht drauf geachtet jetzt. So, hier müssen wir... Ach, schaffe ich. Ich snicke. Das ist ein Typen. Ich muss durchlaufen. Das schafft er nicht. Ja, ja. Bei der Grenze kann ich snicke lassen. Ah, der hat mir auch nicht so in die Hosen in die Kack wie eben. Alter, wenn das noch einmal die Creep Keeper ist. Er ist in der Mitte vom Sumpf, also macht er fast gefasst. Ich glaube ein Haus muss einer sein. Oh, dann kommen wir auch zu mir. Ja, ich muss snicken, da geht nicht so schnell. Ich bin gleich da. So, einer ist weg. Der einer ist weg. Äh, der hat auf einen anders gewartet. Das heißt, du musst noch einer sein. Links beim roten Haus. Okay. Beim Haus, beim weißen Haus. Ähm. Ja, wenn du da um die Ecke schaust jetzt. Nein, rechts von dir. Rechts von dir, mein Sohn. Da hat er mich wegholt. Der war im Haus da drin. Nein, du stehst hier noch. Ja. Da ist noch eine Creep Keeper drin. Alter, zwei! Das ist egal. Da hab ich das zurückgemachen. Der hab ich schon gesehen. Wieso, wo war er denn? Weiß ich nicht. Ich hab den nicht so schnell gesehen. Das schaffst du, Kona. Du bist besser, Mann. Ich hab mein Bestes. Aber genau, wenn du das sagst, glaube ich, passieren Sachen, die eigentlich gar nicht passieren sollten. So, und nachdem ich jetzt einen Kill geschafft hab, brauche ich das Spiel nicht zu deinstallieren. Ach, sehr gut. Ach, sehr gut. Hast ja Glück. Ich weiß nicht, wo der ist, Alter. Da im weißen Haus. Der schießt den Rücken rein. Oh, von vorne kam der. Von der anderen Richtung. Seh ich immer noch nicht. Ah, da vorne am Felsen. Zwei Stück. Ja. Das ist von der andere. Schaut, da kommt er jetzt. Ach, nee. Nee, 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 nee. Na gut, Leute. Aber das war mal gar nicht so eine schlechte Runde für dich. Nee, war gut, war gut. Wir haben 76 Spiele überlebt. War schon mal am Anfang, ne? Ja. Drei Kills. Geht auch. Ich hab zwei Kills. Ja, bitte. So, Leute. Dann lasst doch bei Conan bei mir ein Like und Kommentar da. Und wir sehen uns dann natürlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.